Brennholz. Brennholz ist Holz, das man zum Feuermachen verwendet. Brennholz ist also trockenes Holz, das man für den Kamin oder auch für den Herd benutzt. In früheren Zeiten wurde in Mitteleuropa und auch Nordeuropa hauptsächlich mit Brennholz geheizt und auch mit Brennholz gekocht. In Indien wurde zwar auch manchmal Brennholz zum Kochen verwendet, aber man hat eher getrockneten Kudung verwendet, weil es das mehr gab. Insbesondere seitdem es in Indien kaum noch Wälder gibt, wird man selten Holz zum Brennholz verwenden.